Eine Sequenz mal zur Abwechslung? Das wär doch mal was. Schürzt es schon. Ach ja. Ja. Go back to that first hot spot you talked at. You can get a CID there. Just shoot the guards and kill myself, right? Sure, go with that. Just get one and take it to a safe spot. You don't want to deal with Xin while trying to hack that device. Tell me something, can this AI guy get a body in the real world too? At this point, the AI is purely information. He's entirely digital. You could download him to your phone if you wanted. Why? Does he want a body? I'm guessing he doesn't want to be stuck in the simulation forever. Good point. I'll check the ship for a suitable shell just in case. What a lot of people are here. Ja. Achso, das bist du! Haha, ich Idiot. Ich ändere mich, womit ich mich die ganze Zeit nicht bewegen kann, Alter. Ja! Hunger, bist du noch da? Ja. Gut. Ey, nur so. Mal gucken, was du mich noch hörst. Untertitelung. BR 2018 Oh, I lost. Finally. Quick, get to a safe spot so you can crack it open. Any particular place? Just away from the Zinn. Pick some place they won't find you. Is this going to take forever? I won't know until I crack open the device and see how it ticks. All right! Hey, is there a behind the archives for all the clusters that you collect or something? No, there's no problem. Okay, there's over a thousand. I think. What's with my aiming? Man, where are they? Oh, there's over. Oh, hey! I found the tracking device. Finish it? Would you like to take over? I got two aliens for a while. Then I'll. Almost done. Kenzie, where are we on this? Okay, the CID has cracked and cleared for uploading. And hit the AI code now. No. And how long till the upload is finished? 55 minutes. 55 minutes. 55 minutes. Why? I need this done in five. What is that now for a bullshit? Get closer to a major connection point like a power plant and this might go faster. Can you leave me there first? Because a major connection point of the simulation is going to be heavily guarded. But CID will download faster, right? Well, probably, but good enough for me. Okay, let's go ahead and run. Once CID's working, when will we be able to get the cabinet back together? Well, seeing the AI wasn't lying, I don't see a reason why we shouldn't be able to get right to it. Speaking of which, who do you want to grab first? Pierce, Jondi? Well, I think we should get Matt. Miller? Oh my god, why? Matt turned over a new leaf after Steelport. Hooked up with MI6, helped us nail Cyrus Temple. He's a useful guy. Useful? This situation is too big, even for you, Kinsey. I want to get you some backup. I'm doing just fine without Matt Miller. Thank you. Just fuck him and get over yourself, Kinsey. I'm here. Just need to mop up these Zin first. Yeah! I can't touch this! Mash the button and ta-da! Excellent. How's it coming? The asshole, the hell? Wollt ihr mich verarschen, Alter? Ich hoffe es. Nee, da musst du alles hinmachen. Weil ich es einfach auch nicht gemacht habe. Das hier ist meine Stadt! Oh, nein. Das geht einfach nicht. Das ist egal. Na, was hast du da für eine lächerliche Waffe, Alter? Nein, warum? Na, direkt die du gefeiert hast. Mann, das ist doch der Move mit R einfach. Der ist Feuer. Ach so, ja. Ich würde auch mal ein bisschen nutzen, das macht ein bisschen Damage. Ja. Ich mache ein bisschen Damage, ja. Was ist das für eine Waffe? Hab ich da auch? Keine Ahnung, frag mal nach. Ich habe mal Glück gehabt. Ich habe mal Glück gehabt. Mal da. Was ist das? Bäm, Alter. Bäm, Alter. Jetzt mach's dir keine. Mach's. Das ist gut. Bäm, Alter. Bäm, Alter. Bäm, Alter. Da. Bäm, Alter. Du, oder? Bäm, Alter. Bäm, Alter. Bäm, Alter. Ja. Bäm, Alter! Ich bin auf der zweiten. Ich habe beide Beispiele auf online. Ist der Download improving? Much faster. Much... Much too fast. Who's got nothing? Can't finish? Sid is overloading! Overloading? Overheating! Get to him and cool him down! Get to Sid! He's overheating! Sid is melting down! Do something to cool him off! I don't know what I'm going to do. I'm going to shoot at him. I don't know. What are you doing? Oh! Oh! Woah! Hahaha! Yeah! I didn't read it! I was just... Thank you so much! I didn't see it. I was just going on. Yeah! I did that too. That's fine. Then... I saw this. That's kind of helpful. Das ist so cool irgendwie, ne? Was ist das? Terminator raus! Wieso? Ah, ich kann mir schon gut eins spielen Oh Mach doch mal die Dinger da, die Façadekumpel Alter Ey, du musst mich holen Was ist denn mit dir, ey? Ist denn mit dir, ey? Oh Another day, another rush Data bottleneck encountered We're all ready Oh 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 And it's full of stars Untertitelung. BR 2018 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 Ja, er springt hoch in dem Moment, das haben wir gesehen. Mach! Ja, ich muss jetzt mal hochkommen zu ihm. Ja, nicht schlecht. So, jetzt. Was dauern. Schau mal, das hält so kurz. Setz dein Schild sofort wieder, ne? Man, man fliegt immer so ekelhaft weg. Das ist so widerlich. Du musst dich holen. Jetzt. Schieß rauf. Nein, schießen und nicht. Egal, es ist ja ganz eingefroren. Schau mal. Oh, das war's schon wieder. Jetzt. Hab ihn. Wie zum Haken. Nee. Warte, ich kann auch wieder. Ey. Hahahaha. Wollte ich auch sein, oder? Mein Gesäß ist gut, wenn er reicht, ey. Es ist... Oh Gott, ja, du hast ihn. Oh Gott, ja, du hast ihn. Ich war auf dich wie ein Dug auf einem Jün-Bug. Woah! Das ist... Mein Schild fühlt sich wie es auf dem Feuer. Welcome to being able to move things with your mind. So. Wieder ein Tutorial. Beste Fähigkeit überhaupt. Zack, Junge. Geil, man. Leute wegschmeißen uns immer gut. Ja, das macht übertrieben Bock. Und vor allem, es hat nicht mal cooldown, ne. Wir haben noch ein Schild. Das ist ziemlich prütt. Na, guck jetzt. Wir haben die Schild. Es hat mehr Clustern in es. Puck es mit ihrer Mind und schlägt es öffn. AAAAAAAA! AAAAAAA! 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 Eine. Afish! A naaah! Aap! AAAAAAA! 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 ADE! AAAAAAAAAAA! Als ist oft die RStudie. Achso, wir sollen den bewerfen und dann erschießen. Dann ist der Schildwerk, weißt du? Hm, ich kann aber auch einfach erwerfen. Oh, wahrscheinlich hätten wir die Feier an, das würde einfach nicht gut enden, ne? Wir würden uns jetzt nur noch mit Gegenständen bewerfen. Wir würden uns jetzt nur noch mit Gegenständen bewerfen, wir würden uns jetzt nur noch mit Gegenständen bewerfen.